Guten Tag, mein Name ist René Waldraab und Sie befinden sich hier in der Auktionshalle bei der Firma Eppli. Sie können hier stöbern, Sie können hier gezielt kaufen, Sie können Kapital anlegen, Sie können auf die Jagd gehen in einer Auktion und schauen, ob Sie dort zum Zuge kommen, Sie können direkt kaufen, je nachdem, was Ihre Neigungen, Ihre Interessenlagen sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Also ein Standbein, ganz klar, das sind unsere Auktionen. Diese Auktionen, die finden statt, einmal monatlich für jeden Bereich, also einmal Kunst- und Aniquitäten-Auktionen, das ist der dritte Samstag im Monat, genauso dann wie am vierten Samstag im Monat für Münzen, Historiker und Briefmarken. Das heißt, monatlich geschätzt etwa, versteigern wir im Jahr zwischen 10.000 und 12.000 Artikel, rufen wir auf. Wir haben auch immer wieder mal speziellere Auktionen, jetzt aus aktuellem Anlass. Darf ich Sie auch ganz herzlich dazu einladen, im März zu unseren März-Auktionen zu kommen. Beide Auktionen sind ganz besonders besetzt, mit ganz besonderen Einlieferungen. Es kommt zum Beispiel eine Einlieferung eines Adelshauses, die Familie Perkler von Perklers, zum Aufruf, genauso wie einige andere sehr, sehr interessante Dinge. Es wird im Bereich Münzen eine islamische Goldmünzensammlung zum Aufruf kommen. Es kommen extrem interessante Gemälde auch zum Aufruf. Ja, wir laden Sie natürlich ganz herzlich ein, zu uns zu kommen und an unserer Welt hier teilzunehmen, in der wir hier arbeiten dürfen. Kommen Sie zu uns, wir bringen Sie zum Sprechen, lassen Sie sich beraten, lassen Sie uns die Dinge zeigen, die wir hier präsentieren und im März versteigern.